hey werte power füchse ich habe großes zu verkünden meine eltern haben gerade den sessel von meinem alten opa hier oben getragen und den möchte ich in dem video testen so sieht er aus nun lege ich mich hier rein hier schön auch mit kissen das mag ich für meinen po ist schon mal gut dass er mein gewicht aushält denn ich wiege sehr viel und die knöpfe sind dann hier zum entspannen mal gucken ok mal sehen sind die batterien vielleicht leer jetzt funktioniert seht hier und auch in die andere richtung irgendwas mache ich hier falsch ach du scheiße man sieht dass ich hier die family zum ersten mal in der hand habe weil ich habe absolut keine ahnung wie was hier funktioniert aber jetzt habe ich den richtigen knopf das ist für die füße wenn man sich die füße zurecht legen will das ist gerade gut weil meine füße schmerzen gerade also der linke fuß auf jeden fall und was haltet ihr vom neuen sessel schreibt es in die kommentare aber egal ob ihr es möchte oder nicht ich werde ihn trotzdem behalten